Zusammenhalt entsteht überall dort, wo sich alle einig sind, dass Musik, Film und Literatur das Leben wertvoller machen. Darum schaffen wir eine Bühne für Ideen und Geschichten. Hier, wo man einander zum Lachen bringt, zu Tränen bewegt oder einfach Verbundenheit gespürt, auch wenn man sich noch nie begegnet ist. Für eine Schweiz, die zusammenkommt, zusammengestaltet und zusammenhält. Untertitelung des ZDF, 2020